Okay, ist es das da oben? Ist das die Sitzecke oder soll das? Ja. Ja? Okay, kannst du das mal weg machen? Komplett! Ja, ich muss ja neu gestalten. Ich muss das ja komplett neu einrichten. Also René wird sich nicht freuen. Ja, René kann das ja alles wieder umändern. Heute muss ich das ja versuchen. Ja. Hey Leute und herzlich willkommen bei Zock mit mir. Hallo! Heute ist Baby Claudio da mit der Großmutter. Bianca! Ja, das ist meine Großmutter Bianca. Oh ja, ja, ich habe mich sehr gut gehalten. Nein, eben nicht, nö. Nee, Spaß, das ist Tante Bianca. Tante Bianca, Leute, was cool ist vor uns war? Ja, ich werde das Wohnzimmer neu einrichten. Ja, und bevor wir zum Wohnzimmer gehen, wie findest du dieses eingerichtete Zimmer? Ja, ich habe es ja gerade schon gesehen. Also ich finde es extrem bunt. Und ich habe schon gesagt, es hat hundertprozentig Eva eingerichtet. Ähm, das ist so richtig Eva's Stil. Vor allem, ich habe das dadurch gemerkt, durch die ganzen Einhörner. Aber es ist süß. Sehr, sehr süß. Sehr gut. Du hast aber nur 1.000 Dollar. Guck mal da oben hin. Das ist aber zwei. Ja, aber du hast... Ja, musst du dir jetzt denken. Achso, ich muss mir jetzt denken, dass ich nur 1.000 Dollar habe. Wieso? Oh, das ist aber nicht viel. Ich weiß ja nicht, wie teuer das hier alles ist. Doch, geht schon. Okay, hatten die anderen auch so viel wie ich? Äh, Kahn und Tani hat nur 500 Dollar. Oh, und Eva hat auch draußen. Okay, gut. So willst du das Wohnzimmer oder die Küche? Ja, komm, sonst machen wir halt die Küche. Die Küche ist irgendwie sehr langweilig. Ja, okay. Da kann man ja bestimmt noch einiges machen. Na gut, ich zeig dir mal, guck mal. So sieht die Küche aus. Jürgen kann man essen. So, guck mal, wir gehen einfach zu den Sachen. Ja. Wir können auch die Wände, aber ich glaube, wenn wir die Wände bestreichen, dann macht er die ganze Wand. Ja, nee, das ist etwas uncool. Ja. Womit möchtest du beginnen? Mit der Wand, mit dem Boden? Ähm, ich würde den Boden tatsächlich ändern. Ja, denk dran, der ganze Boden, der fährt sich. Ja. Nee, nicht rot oder so. Ja, sieht aus. Ich würde gerne, was haben wir an da, wie cool ist. Machen wir weiter. Mhm. Nimm mal das dunkle Parkett. Fährt sich? Nee. Klar. Ja. Sieht eher aus wie draußen, ne? Mhm. Ähm, okay, was haben wir noch? Nein, bist du verrückt? Oh mein Gott! Geht's da noch weiter mit dem Parkett? Mhm. So. Uh-huh. Na gut, ich mach's halt überall, ne? Okay. Ah, ich glaub, den Boden lassen wir lieber an der Farbe. Ja? Ja, denk ich schon, oder? Okay. Ja. Oh mein Gott. So. Okay, dann geh erst mal auf die Küchenzeit, aber die gefällt mir nicht. Okay. Da. Küche. Arbeitsflächen. Okay. So, okay. Oh, die ist auch nicht so viel sicht gerade, ne? Nee, nee. Die Küche hat gar nicht so viele Möglichkeiten, die umzugestalten. Ich drück mal kurz die Maus so übernimmt. Ja klar. Also, wenn ich jetzt die drücken würde, passiert ja gar nichts, ne? Nee, kommt gar nichts mehr. Oh, du kennst ja doch ganz gut aus mit, äh, hier. Okay. Oh, okay. Jetzt musst du sagen, drehen, aber ich kann das nicht hin. Willst du mal sehen, wie das aussieht? Ja. Mal so. Was ist denn? Ich frage mich auch gerade, das sieht eher aus wie so. Ah. Sind die Würfel? Ja. Jetzt sieht das aus. Danke, was machst du da? Ja. Ah, okay. Okay. Hä? Nee, will ich aber nicht. Warum ist er eigentlich rot und nicht braun? Kann man einsperren? Ah. Ja, mach mal die Küche weiß, bitte. Ich würde die weiße Küche nehmen mit der grauen... Also, du hast hier alles weiß? Ja. Oder möchtest du das nice? Ja, ich würde... Guck mal. Ja, bitte. Ich würde... Das? Okay. Dann muss alles weg. Mach mal alles weg. Weil mir gefällt das. Ich finde, das ist zu lang, ne? Okay. Ich muss aber auch dazu gestehen, Leute. Ich finde das alles schon sehr schick eingerichtet. Also, das jetzt zu toppen ist natürlich nicht einfach. Danke. Hast du das alles gemacht? Nee, René. Also, René, hast du gut gemacht. So. Das ist unsere Pizzaecke. Die muss bleiben. Bitte. Die Pizzaecke? Ja. Ja, mal gucken, wann war das denn drin? Ach, Mann. So. Ah, du hast das jetzt alles verkauft. Ja. Kannst du diese Dinger da oben wegmachen? Die? Ja. Ja, wir lassen das mal. Ach so, das ist die Pizzaecke. Ja. Okay, gut. Geh mal auf weiß. Ja. Okay. So. Ich würde gerne mal noch die weiße so mit der schwarzen. Die? Ja. Nicht immer. Okay. Warum? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ach so. Ah. Warte, ich muss mich entscheiden, welche Küche ich nehme. Was sagst du? Boah. Schwierig, ne? Mhm. Ich fand das vorher ja eigentlich cool, aber ich wollte es halt anders an, ne? Weil es ist klingt ja sonst nichts, wenn ich das genau so mache. Ähm, ich glaube, ich würde die weiße mit der schwarzen Blatte nehmen. Ja? Das passt dann für den restlichen Raum besser zu den anderen Räumen. Okay. Genau. Also nehmen wir die. Genau. Und da kannst du auch diese Ecke noch dazu nehmen. Genau. Worin? Die kannst du erstmal da an deine Pizzaecke machen. Genau. So. Ja, so. Gut. Ja. So, das kannst du rüberschieben. Danke. Was danke? Ja, dafür müssen wir noch Pizzaecke drüber halten dürfen. Ja, ja, klar. So, ich versuche das jetzt mal hier rüber zu schieben. Komm. Nee, geht nicht. Genau. Ah. Drück halten. Ach so. So. Ja, cool. Hast du schon mal eine OB gespielt? Äh, ja. Mit Kahn, oder? Mit Kahn habe ich das mal gemacht. Nee, war nicht so cool. Du meint ja, ich brauche. Ähm, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Ja. Das zu machen. Ähm, kann man das... Sehen? Ja, drück halten, drehen. Ne, ne. Genau. Wollen wir es anders bringen? Sag ich mal? Ja, mach. Ich krieg's auch nicht ganz. Gibt's denn da noch intere Schränke? Da haben die alle nur so Schubladen hier, ne? Jungs. Da hast recht. Mhm. Das ist natürlich jetzt etwas doof. Oh, können wir die nicht verfärben? Oh, da hast recht, ja. Nee. Also viel kann man hier nicht machen. Jetzt tu das mal so lang ziehen. Ja? Bis nach hinten. Ja. Ja. Ja, dann müssen wir sie im Einzelnen kaufen. So. Noch mehr? Ähm, noch mal noch eine und dann kannst du die Ecke dran machen. Hier? Nee, daneben. Oh. Oh. Das ist die, die wir schon hatten. Und schwarz. Willst du die nicht, oder? Nee, ich muss ja die gleiche Farbe sein. Mhm. Okay. Baby. Claudio. Oma. Ja, also als Oma müsste ich das jetzt theoretisch auch etwas altmutig vielleicht ein. Nein. Oma, nein. Okay. So, jetzt nimmst du nochmal die Ecke. Genau. Und drehst die. Nee. So? Ja. Aber mach die mal hier in die Mitte. Das soll eine Kochinsel sein. Ja? Nee. Hier, wo der steht. Hier? Nee. So? Ja, so. Nee. Andersrum wieder? So? Nee. Wie? Ganz normal hinten dran, dass das so rum geht. Weißt du, wie ich mein? Ah, so? Ja. So? Ja. Okay. Nee, ist okay. Nee, nee, nee. Nee, so gefällt mir das aber nicht. Wie denn? Genau. Ich wollte eigentlich eine Kochinsel haben. Nee, mach die mal weg, die Ecke. Tu die mal wieder entfernen. Boah, ich bin nicht einfach, Leute. Tut mir leid. So, jetzt nimmst du nochmal so zwei von den Einzelnen und stellst die in die Mitte. Ich möchte eine Kochinsel haben. Okay. Weißt du, wie ich mein? Nee. Kennst du Kochinseln? Ja. Genau. Und die steht da vorne? Vor der Küche so. Ja, guck mal, der will nicht. Nee, hier vor. Guck mal, der will auch gar nicht. Hm. 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 Ja gut, sonst lass es weg. Weil der geht nur an die Wand. Ah, die gehen gar nicht in die Mitte. Okay, gut, dann entferne das. Oder du kannst es daneben versuchen. Nee, alles gut. Tut mir leid. Alles gut. Ähm, dann, ähm, mach da nochmal so ein Eck hin, wo der Eimer steht. Damit du deine Pizzaecke noch schön abgeräumt hast. Ja. Dann hast du da sogar eine kleine Nische. Mhm. So. Genau. Und jetzt, äh, ich... Wo hast du gerade das Essen hier drin, hä? Mhm. Ah, die gute Pizzaecke. Was essen wir noch? Pizza. Margarita? Ja. Könnt ihr auch richtig Pizza machen eigentlich? Nein. So. Dafür ist ja die Oma da. Ah, okay. So, dann stellst du den Kühlschrank mal bitte gerade daneben. Na gut. So? Ja. Ist das die Mikrowelle da? Ja. Gut, die kannst du... Kannst du mal nehmen und irgendwie oben an die Wand machen. An die Wand? Ah. So? Nee. An die Wand? Mach mal rüber. Weiter mit dem Pfeil. Den Raum. Und über deine Pizzaecke. Über. Ja, man macht das doch immer so hin. Eine Mikrowelle steht normalerweise auf dem Tisch. Nein, die kann man auch an der Wand machen. Damit man die schön in der Höhe hat. Oder, Leute? Sorry, Oma. Noch mehr will, nee. Das geht nicht, ne? Nee. Alles so kompliziert hier. Ich will das eigentlich nicht. Dann stell daneben nochmal so einen Schrank hinten da hinten in die Ecke. Warte. Neben den Kühlschrank. Und dann haust du da die Mikrowelle drauf. Einen Schrank? Welchen Schrank? Na, wieder den gleichen. Ja? Okay. Jetzt sieht das so anders aus. So. Und dann stellst du da die Mikrowelle einfach drauf. Na gut. Okay. So? So. Ja. Na gut. Okay. Was kann man denn noch machen in der Küche? Was gibt's denn noch so? Ein Waschbecken. Ja. Ja. Deine Pizzaecke, ne? Die Pizzaecke verwirrt mich da, ey. Wir können auch eine Donut-Ecke machen. Eine Donut-Ecke? Ja. Wie du magst. Okay. Wir machen das jetzt mal so, dass wir diesen Schrank hier. Ja. Dazu oder soll ich? Den Schrank. Ja. Hier mit hin. Und dann tust du hier das Waschbecken hin. Und zwar nimmst du das hier. Okay. Also den Schrank hier? Ja, den stellst du mit hinten. Hier hin oder da hin? Ne, da hin. Okay. In die Ecke. Ja. So. So oder so? Ja. Du kannst dran machen. Ja. Das ist eine Küchenzeile. Und dann in die Mitte kommt jetzt das Waschbecken. Das hier. Ja. Oh. So. Und kannst du irgendwie mal deine Pizza-Teller-Gleider machen? Nee. Was ist denn da? Ist das die Pizza? Mhm. Ah, okay. Komm mal. Ja. Okay. Gut. Komm, wir machen mal weiter. Ja. Was gibt's denn noch, was man ändern kann? Alles. Mülleimer haben wir hier. Okay. Nimm mal den Mülleimer erstmal. Gibt da auch noch zwei. Okay. Ich möchte den Runden haben. Ja? Ja. Und schade, jetzt passt er da nicht mehr in die Ecke rein, ne? Meine Idee war eigentlich, dass ich den in die Ecke wollte. Ah. Aber er passt da jetzt natürlich nicht mehr hin, ne? Dann nimm mal den einen Schrank da weg. Nee, nee. Den ganz hinten her. Und stell dann den Mülleimer hin. Okay. Weg, ne? Ja. Wie sind wir eigentlich mit unserem Geld? Haben noch genug. Okay. Gut. So, da haben wir den Mülleimer. Was haben wir noch? Kühlschrank. Was gibt's für Kühlschränke? Oh. Okay. Wie sieht denn der schwarze aus da? Hm, der ist auch ganz cool. Man kann die Farbe ändern. Ja, ich will den. Man kann auch, glaube ich, diese Farbe ändern. Guck mal. Wie du magst. Nee, ich würde den nehmen, den wir gerade hatten. Ja, den. Den raus. Okay. Ich glaube, der passt vom Stil her cool rein. Ja. 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 So bleiben? Ja. Okay. Obwohl so ein Amerikanischer Küchrank auch cool wäre, ne? Aber der ist ganz schön teuer. Ja, ja. Kann man den weiß machen? Also weiß-schwarz? Ja. Das geht nicht, oder? Weiß-schwarz nicht, glaube ich. Okay. Gut. So. Was sagst du bis jetzt zu meiner Küche? Ähm. Noch nicht alles wie geändert. Ja. Wir sind ja noch dabei. So. Okay. Ähm. Bäume. Bäume in der Küche. Ja, pflanzen. Ja. Ja. Ähm. Ich würde gerne so einen großen modischen Baum. Okay. Oh, 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 oh. Nein. Ich stelle den mal hier vor die Küchenzeile. Ähm. Drehen oder irgendwie? Das ist ganz schön groß, oder? Mhm. Viereckiger Baum. Sie sehen ja eher aus wie Tannenbäume. Ich würde so einen Baum haben, der auch dort steht. Ja. Ja. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Ja, genau. Und den großen weg. Und den stellen wir da mit hin. Dann ist das so etwas. Dann geht das so in die Küche. Oder? Ja. Ist doof aus, ne? Nee. Hm. Ich bin's gut. Also ich bin's gut. Okay. Gut. So. Nee, der gefällt mir da nicht. Nee. Ja. Ja. Was ist denn mit dem Kamin da? Wie du magst. Okay, ist das da oben? Ist das die Sitzecke oder soll das? Ja. Ja? Mhm. Okay, kannst du das mal weg machen? Komplett. Ja, ich muss ja neu gestalten. Ich muss das ja komplett neu einrichten. Also René wird sich nicht freuen. Ja, der René kann das ja alles wieder umändern. Heute muss ich das ja versuchen. Ja. Ich finde auch ein Sofa sehr unkraftlich in der Küche. Warum? Na, kann man nicht so cool sitzen und essen, oder? Doch. Nö. Nö. Nö? Nö. 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 Nö, nö, nö. Bist du ruhig? Ich kenne dich sogar nicht. Ja, ich bin konzentriert. Wo? Sag mal, ich möchte. Aber das Sofa hängt da oben in der Luft. Kann da bleiben. Guck mal. Kann mich jetzt nicht messen. Na gut. Okay, kannst du mal weg machen? Komplett. Ja. Bäm. Weg. Jetzt kannst du nichts mehr machen. Du hast mir die Challenge gegeben. Ich soll neu ändern. Ja. So. Okay. Dann gehen wir mal bitte auf... Was ist denn Speicherung? Hier. Was ist denn das? Kommode. Okay. Was machen wir dann? Ich will erstmal die Sitzecke gestalten. Also geh mal auf den Tisch, bitte. Wir können auch die Sitzecke vom Wohnzimmer nehmen. Also wir müssen nicht hier bleiben. Wir können auch zurück gehen. Also ich meine, hier ist die Sitzecke aber... Kannst du auch... Guck mal hier. Aber das ist ja die Küche, oder? Ja gut. Das darfst du entscheiden. Kann auch eine Sitzecke werden. Hier guck mal. Schlafzimmer, Wohnzimmer. Kannst du hier den Tisch angucken. Oh ja. Das sieht doch schon viel besser aus. Blumen. Okay. Ich möchte so einen ganz großen Tisch haben. So einen. Nee. Das ist jetzt auch sehr groß. Na gut. Ähm... Was ist das für eine? Wer? Der modernen Lounge-Table. Mhm. Die finde ich ganz cool. Ja. Farbe? Ähm... So... Nee. Die Farbe war ganz cool und zwar. Mhm. Aber zeig mal, was es noch so gibt. Ja. Ach, das ist ein Schreibtisch. Gut. Kann man nur auch so benutzen. Kein Problem. Aber es ist ziemlich cool. Ja. Nee. Nimm das ruhig so, wie es da ist. Ja. Ja. Kannst du so mittig was lassen? Ja. Ja. So wie es war. Ein Stück weiter zurück. Ja. So. Und dann brauche ich Stühle. Mhm. Jo. Sitzplatz. Okay. Hm. Mhm. Nee. Aber das ist doch cool. Oha. Was ist denn das? Tada! Das ist ja echt cool. Hab ich in meinem Haus. Echt? Mhm. Was ist das hier? Anders braucht doch keiner drehen mal. Was ist denn das? Guck mal. Oha. Der Thron. Mhm. Das ist ja witzig. Okay. So. Nee. Wir gehen mal ganz zuvor auf diese hohen Stühle. Die fand ich ganz cool. Ja. Ich wollte ja erstmal der für moderner Stuhl. Oh. Dann sind die so hoch. Nee. Die passen nicht. Das sieht doch aus. Der Stuhl ist höher als der Tisch. Ähm. Jetzt können wir auch in die Küche gehen. Sind wir nicht in der Küche? Nee. Wohnzimmer. Ach. Wir sind im Wohnzimmer. Ja. Das musst du mir mal sagen. Ich dachte wir sind immer noch in der Küche. Nee. Ach so. Nee. Dann. Ich dachte das gehört noch zur Küche. Ja. Dann lass mal den Tisch. Dann mach mal eine coole Sitzeckerei. Wenn das zum Wohnzimmer gehört. Aber hier gibt es ja keine Stühle. Ja. Ich brauche keinen Stuhl. Dann mach ich da ja eine Wohnzimmerlounge hin. Ja. Okay. Das wusste ich nicht. Nee. Wie du magst. Ich dachte das gehört ähm. Du kannst auch überall rein. Du kannst auch hier bei Licht kannst du gehen. Du kannst überall rein. Nee. Warte mal. Stopp. Wir gehen klemmereinander vorbei. Ja. Der Raum. Ja. Ist Küche. Nö. Wie du magst. Du darfst. Bianca. Du darfst machen was du möchtest. Ah. Also ich kann da jetzt auch eine offene Küche und das Wohnzimmer machen. Ja klar. Du kannst alles machen. Wie cool. Alles. Ja dann nehmen wir das jetzt mal hier weg. Pass auf. Ja dann. Verkaufen. Dann nehmen wir den Kamin und den ziehen wir hier erstmal schön. Kann man den auch schräg in die Ecke stellen? Ja können wir machen. Ja. Ja. Genau. Dann gehst du mal bitte aufs Sofas. Kann man das so tun? Ja. Ja. Okay. Das gibt's nicht so cool. Das runde finde ich ja auch cool. Ja. Zeig mir. Das ist auch schön. Man kann auch nicht barbellen dann. Dreh das mal mehr zum Kamin hin. Mhm. So. Oder stell den mal da hin. Wo der Kamin ist. Mhm. So. Nee da hab ich eigentlich nicht. Wie? Stell den Kamin wieder hin. Gar nicht so einfach. Aber das ist so groß. Ich glaub das Luxussofa da unten sieht cooler aus oder? Wo? Das. Was? Nee. Das da. Ja. So. Genau. Das stellst du jetzt so hin. Nee. So war schon cool. Ja so. So? Ja. Ein bisschen mehr in den Raum. So? Ja. 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 So? Ja. Okay. Und dann gegenüber nochmal so war. Selbe? Ja. 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 Sieht doof aus. Ja. Ja. Warum sieht das so doof aus? Ja. Dann weg. Boah. Das ist gar nicht einfach ey. Mhm. Mhm. Oder meinst du das runde war cooler oder? Das ist mal was anderes. Ich bin da schon cool. Oh das ist cool. Ja. Ich bin da schon cool. Genau. Und dann stell das gleiche Sofa nochmal neben den Kamin. Nochmal. Oder meinst du nicht? Oder ein Sessel? Ja. Ich frage mich nur gerade gegen die Farbe. Willst du die Farbe so lassen oder? Nee. Die mag ich wenn das irgendwie anderen Farben gibt. Ja klar. Mach mal weiß-schwarz. So geht das? Ja. Dann können wir das aber auch ändern wenn du magst. Wenn du magst. Oder willst du sie gelb lassen? Nee. Ich glaube das kannst du wegnehmen. Ja? Ja. Ich würde das gleiche nochmal nehmen oder? Welches werde ich? Das. Und das ist gerade an die Wand. So? Ja. So oder? Ja. So. Perfekt. So. Näher oder? Na so ist okay. So und dann kannst du mir so eine große Pflanze dann neben dem Sofa noch machen. Mhm. Hast du wie ich meine? Wo war die nochmal? Das kann richtig nett warm hoffen. Mhm. Ja. Guck mal. Wohnzimmer. Bäume. Bäume. Genau. Da kannst du den großen nehmen. Ja. Den stehst du dann. Dann musstest du bloß diese Abzugshaube wegnehmen oder was auch immer. Weg oder? Ja. Ja cool. Hast du Teppich oder sowas? Gibt sowas auch? Ja klar. Oha. Nimm mal den moderner Teppich. Ja. Und leg den mal genauso in die Mitte. Farbe? Kannst du so lassen. Finde ich ganz cool. Kann man so sehen können. Ja. Ein Stück mehr aus dem Sofa. Ja. So. Richtig. So. Ui. Und jetzt brauchen wir noch irgendwie einen coolen Tisch und Bilder oder sowas. Sehr gut. Und dann haben wir eigentlich schon. So. Tisch. Ja. Ich würde gerne den runden Tisch haben. Welchen? Hm. Können wir gucken. Oh. Was ist denn das für alle? Oh. Oh. So einer. Ne. Passt nicht. Oh. Der ist ja groß, oder? Ja. Wehe zu groß. Na gut. Das wirkt er nicht so. Hm. Das ist ein Kassel mit dabei. Ne. Ne. Darf ich ganz kurz mal? Ich such mal ganz kurz hier raus. Ja klar. Bewerte mal da weiter meine. Ne. Bewertet es am Ende. Ach so. Bewerten kann ich sowieso nicht. Wenn die Zustände machen. Also ich finde es aber gut. Ne. Muss ich ehrlich gestehen. Ja? Ich finde das sogar besser als das davor. Siehste. Ja. Das René hört. Äh. War Spaß. Baby René. Warte mal. Ich glaube ich würde den nehmen. Aber ich würde den nochmal angucken. Uh. Kann doch die Klappe ändern. Ich finde aber Klappe weiß ganz cool. Da ist das mal wieder etwas anders. Ich würde das mal ein bisschen wie das ausschaut. Ne. Aber. Ui. So. Oh. Kann ich denn das dann? Mhm. So. Und dann kann ich hier die Farbe ändern, ne? Mhm. Ja. So. Und dann kann ich hier die Farbe ändern, ne? Mhm. Wie mache ich denn das so? Ich glaube das geht gar nicht. Ich glaube die Fläche ist tatsächlich. Ich weiß. Meinst du? Ja. Ja leider. Also wir wissen leider nicht wie. Wenn ihr wisst wie man das ändert, dann bitte schreibt es rein. Ja. So. Dann machen wir das so und dann stellen wir noch in die Mitte den hier. Hm. Aber das ist ein Stuhl, ne? Ach so. Ja. Oh ich dachte das ist ein Tisch. Nö. Okay. So. Komm lass uns mal noch einen schönen modernen Tisch raussuchen. Was ist mit mal einfach so einen stinknormalen Nehmen und die Farbe ändern? Ja. Also ich sag ehrlich, dass ich den Ding sogar nicht gut. Ja passt, ne? Mega. Dann stellen wir hier vielleicht eine Mitte. Mega. Okay. Wow. So. Warte. Ich bin hier langsam drin, ne? Nimm ruhig. Langsam wird es hier. Mach. Ähm. Ich schluck dir aber nur Toast, aber du kannst gerne suchen. Ja. Ich würde gerne noch meine Pflanzen nehmen. Ja. Oder hat man hier auch Deko? Ähm. Ich krieg einfach mal bei selten. Ich kenne mich selten mal noch nicht so gut aus. Das ist gut, dass du dich... Ne, das ist nicht so gut. Ne. Da müssen wir wieder weg. Genau drauf und rechts. Was sollen das denn? Sind das Bombs? Ja, das sind äh. Rollschneiden. Äh. Das sind äh. Zaubertränke. Ah. Das sind unsere Hunde. Ah. Habt ihr Hunde? Ja. Meiner ist Daniel. Warum heißt dein Hund Daniel? Ja, Daniel. Mein Hund heißt Daniel. Meine Katze heißt Adem. Mein Appa heißt Armin. Richtig schöne Namen. Und ich nenn einen Bianca. Echt? Äh. Aber was nennen wir? Bledermaus. Eine Eule. Eine Eule? Eine Eule? Nee. So. Was ist das hier? Ich glaubst du jetzt einfach nur... Ich würde hier oben auf dem Tisch stellen. Ach ne Kerze. Cool. Komm. Oh, warte. Ja, lass mich mal kurz. Ja, dreh die mal bitte für mich. Ach, die liegt auf dem Spiel. Das ist etwa so unpraktisch. Ja. Ja. Cool. Du musst den Sessel wieder ein Stück in die Mitte ziehen. Sorry. Alles die Richtigkeit hier. Super. Okay. Der Tisch ist auch cool gewesen hier, ne? Ja. Guck. Leg den an. Der geht aber glaube ich gar nicht. Ähm. Aber... Nee, leider. Okay, gut. Ist ja nicht schlimm, wir haben einen coolen Tisch. Mhm. Ähm. Wow, ich muss gar nichts machen, Bianca. Ja, so langsam krieg ich hier alles raus. Sehr gut. So. Wie kann ich denn das jetzt hier? Ah, so kann ich das hier. Wow. Wow. Oha. Okay, nee, das wirklich nicht. Ich glaube, ich hätte echt einfach nur sagen müssen, was sie macht, dann würde ich sich das allein hinkriegen. Wow. Auszeichen, genau. Ja. Wie viel Geld habe ich noch? Oh, äh, Melita, das ist auch gereicht. 800. Echt? Ich habe noch so wenig Geld ausgegeben? Du hast auch gar nichts ausgegeben. Das siehst du? Ja. Nicht schlecht. Okay. So, Licht. Ich haue da jetzt ein Ballern jetzt hier raus. Mhm. Okay, was geht? Aber du musst auch nicht alles ausgeben. Nee, das sage ich ja auch nicht. Obwohl doch, wenn du hier nicht hast, gib alles aus. Alles kann weg. Oh, warte mal, ich muss mal kurz nicht hören. Oh. Und mit dem Zahnrad kannst du auch ein bisschen rausgehen. Mit was? Mit dem Zahnrad hier und so mit dem. Ah. Aber dann darfst du nicht das rechte Griff halten. Okay. Ich finde das auch richtig cool. Ja, ne? Die sehen übrigens cool aus. Mhm. Mhm. Ich überlege, ob ich die, wenn ich das hier hin möchte und die lande. Weißt du? Mhm. Kann man die einfärben? Ja, dann mal. Ich gucke euch. Willst du da hingehen? Ja. Verschiedene. Mhm. Wow. Wir haben das Element. Ja. Ich glaube so langsam. Wow. Ich würde es glaube sogar schwarz lassen. Ich würde es jetzt nicht noch fertig machen. Ja, ja, ja. Okay. Gehst du irgendwo hin? Ähm. Wir gucken mal was. Ich gucke hier gerade einfach durch. Mhm. Was es hier so gibt. Okay. So. Was gab es hier so? Guck mal, das ist auch richtig cool der Kühlschrank. Guckst du mit dem? Ich gucke mal nicht. Ich kann den selber nicht. Sollen wir den nehmen? Ja, das... Ich meine, du hast noch recht nicht Kohle. Das ist doch viel cooler. Ja komm, dann machen wir das schnell. Warte mal kurz. Ja. So. Kannst du auch ein bisschen heller machen lassen. Kaubeißnis. Den kann man auch nicht so mischen, ne? Doch, doch mal hier. Das ist ein bisschen gemischt da. Das hier. Das? Das daneben. Das? Ja. Minimal. Was sagst du? Ich finde das gut und selbst sagen. Dann müssen wir den ja mal wegkornieren. Soll ich das gut verschieben? Oder willst du das tun? Ich mache. Sehr gut. Du. Ich bin ja langsam im... Ich will das Ding jetzt trotzdem an der Wand haben. Ich finde das cooler. So. Ja, aber dann kann man das ja nicht sehen. Entschuldigung. Probier mal. Leider kannst du das ja nicht sehen. Das ist leider so. Ach so. Genau. Ist nicht wie im echten Ding. dass man das einfach an die Wand machen kann. Na gut. So. Okay. So. So? Genau. Wow. Warte, dann noch ein Stück dran. Ja. Aber der steht dann irgendwie so. Ich glaube, das ist mir zu nah an die Wand, oder? Oh. Ich glaube, so. Ja. Der ist zu klein. Willst du den nicht mehr? Ja. Oder? Der ist irgendwie klein. Ich bin den gut. Ja? Ich bin nicht mit dem gut. Sonst haben wir noch einen. Von den Anacola. Ja. Den wir hatten. Na gut. Manchmal muss das immer gar nicht so das Modernste sein. Ich finde mal nur so... Ne, da war es nicht. So Vintage-Sachen eigentlich immer ganz cool. Ähm. Der, oder? Ja. Nee, daneben. Mhm. Genau. Den finde ich irgendwie. Da passt man besser an. Oh. Ja. So. Okay. Ähm. Was können wir hier noch machen? Ich habe gerade gesehen, es gibt auch einen Fernseher. Mhm. Aber ich überlege gerade, ob wir den hier noch irgendwo hinkommen. Den kannst du tatsächlich an die Wand machen. Wenn du magst. Ja. Aber wir haben hier auch daneben Fernseher. Guck mal hier. Wir haben hier auch noch eine coole... Okay. Aber wie du magst. Ah, okay. Kannst du uns doch einen kleinen Fernseher dran machen. Ach, ne. Das brauchen wir glaube ich nicht. Okay. Aber ich finde die Lambe eigentlich ganz cool. Die würde ich hier. Okay. Moin. Und die Wand stehen. Ja. Hier. Ja. Oder? Mhm. Mega. Gut. So. Ähm. Was können wir noch machen? Hm. So. Ich will jetzt noch ein paar Bilder und das noch so gestalten. Und ich glaube dann sind wir auch schon echt gut durch. Würde dann gar nicht mehr so viel machen. Donut Shop. Wie cool, was es hier so gibt. Licht hatten wir Poster. Die sind aber nicht so, muss ich ehrlich gestehen. Eber hat sich keins davon genommen. Ich sehe schon. Okay. Was gibt's noch? Hm. Bilder? Haben die sonst nichts? Glaube ich nicht. Verzierung finde ich das ganz gut. Ach, hier hast du so Deko. Hm. Brot, Apfel, Glas. Okay. Aber dadurch, dass deine Pizzaecke da ja steht, habe ich ja nicht so viel. Können die auch wegmachen. Möglichkeiten. Nee, das ist doch deine. Du wolltest die Pizzaecke. Und ähm. Mh. 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 noch ändern ich wollte nur das bild über die küchenzeile machen das eine aber das finde ich schon mal cool da ja dann haben wir das mal ändern und kommt auch so lassen die farbe und den namen okay also erstmal die farbe ich finde bianca gut ja wenn rené kommt dann ist er oh bianca stimmt dann habe ich hier meinen touch da aber jetzt vielleicht nicht so viele a's dahinter machen jetzt finde ich mein ding hier nicht mehr na mein mein bild meinst du ja da kann man das auch ändern wenn ich das beschreiben wird ja jeden macht man die mann genau ja da muss einmal rauslegen genau ich muss mal rein gehen warte ja kippe rein wollen wir das nicht da Ah! So? Speichern! Ui! Jetzt können wir aber die Farbe erinnern. Nicht nur die Farbe. Bin ich immer für eine Farbe. Claudio. Pink! Ja! Das sieht doch bloß aus, oder? Ui! Das ist doch ganz cool. Warte. Bin ich gespannt. Guck mal! Oh, das ist doch cooler. Ja. Wirkt irgendwie etwas cooler. Ich würde das auch so dezent lassen. Ja. Okay, aber irgendwie fielen mir trotzdem Bilder oder sowas. Ich finde, dass die Küche sieht für mich noch so... Mhm. Können wir hier eigentlich etwas entfernen davon? Nö, lass mich. Von deiner Küche... Brauchst du das alles? Ja, ja. Warum denn? Ich fühle die bloß ein bisschen aneinander. Ich habe mehr Platz hier. Aber warum denn? Mit dem Rot oder was? Naja, es ist ja nicht nur eine Pizzaküche. Doch. Ich habe das Pizzaküche genommen. Oh. Mhm. Ja, da hast du eine Pizzaecke... Aber wir dürfen auch keinen Kaffee trinken. Ach so. Du kannst... Doch, du kannst es da lassen. Für unsere Eltern. Aber ich bin eine Großmutter. Natürlich darf ich Kaffee trinken. Ja, du darfst. Genau. Du nicht? Ja. Komm. Dann nehme keine Kaffeemaschine. Dann nehmen wir was anderes. Okay? Mhm. Was möchtest du gerne haben? Hm... Einen Wassersp... Ich bin da... Boah nee, ich brauche eine Kaffeemaschine. Na gut. Aber dann hast du auch kein Geld mehr. Echt? Ja, dann ist es vorbei. Okay, dann ist das so. Ja. Ich will bloß nochmal gucken, ob es noch ein Bild ist. Dann kann ich noch etwas austauschen in größter Not. Ja. Wenn ich noch ein cooles Bild finde. Wenn nicht... Aber ich glaube bei Poster findest du nichts. Du kannst bei Verzierung gucken oder bei Cube. Okay, wir gucken hier nochmal. Mhm. Gut, das waren nochmal so Deko und... Das Schild wollte ich haben. Ah, okay. Das wollte ich vorhin haben. Ja, dann pack's rein. Dann muss ich das aber löschen. Gesundheit. Dankeschön. So, und das will ich hier haben. Ui, und willst du Hello lassen, oder? Nee, ich will auch die Texte ändern. Ja, musst du da rein. Nimm mich da Kitchen oder Cooking. Das findest du cooler, doch was Kitchen besser, oder? Mhm. Und größer machen. Kann man das gut ändern? Ich glaube nicht, wir ändern. Nee. Ich glaube nicht. Nee. Okay, dann machst du ein Stück hoch, aber ich find das schöner. Ja. Warum nicht? Okay. Nein. Habe ich das überhaupt noch im Budget? Ja. Okay. Ja. Ja, dann würde ich sagen, mit meinem Budget, ich hab ne Küche und ein Wohnzimmer gemacht. Schauen wir mal, wie das aussieht insgesamt. Warte mal. Ähm, ich muss sagen Bianca, nicht schlecht. Und die Pizzaecke ist immer noch da. Ja, die hab ich dir extra gelassen. Und der Open ist auch immer noch da. Ja. Für die Pizza. Für die Pizza. Ja, den find ich auch ganz cool. Eine coole Sitzecke. Ja. Cola-Tisch. Kann man ausmachen. Aber ja. Ja. Also ich muss sagen, hätte ich jetzt die Pizzaecke nicht, hätte ich die Küche noch cooler gestaltet. Mit so ein bisschen Blumen und Obst und sowas drauf gehauen. Und ähm. Ach, ich muss echt sagen, ich finde die Küche jetzt besser. Echt? Weil das Bild macht, finde ich, mehr aus als davor. Weil davor war es ja sehr, sehr, sehr schlicht. Ja, das stimmt. Also ich muss sagen, ich würde so einziehen. Ja, ne? Ja. Also ich könnte so wohnen. Find ich cool. Sieht modern aus und trotzdem gemütlich. Eine Pflanze haben wir auch immer am Stehen. Ja, super. Ja, Leute. Falls euch das Video gefallen hat und falls ihr findet, dass Oma Bianca es gut gemacht hat. Okay, Tante Bianca. Ja, was bin ich jetzt eigentlich? Tante oder Oma? Du bist Tante. Falls Tante Bianca es gut gemacht hat, dann schreibt mir in die Kommentare, ob sie es nochmal machen soll oder was sie besser machen kann. Und lass gerne ein Like da. Abonniert den Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.